Also ich persönlich kenne die Lügenskonsultation schon sehr lange, seit 15 Jahren, was eine sehr lange Zeit ist. Bei meinem vorigen Arbeitgeber haben wir schon sehr viele Projekte zusammen gemacht, im technischen Bereich, gar nicht mal im SAP-Umfeld, sondern im technischen Bereich. Und jetzt mit meinem neuen Arbeitgeber, ich bin seit dreieinhalb Jahren bei der Tönsmeyer-Gruppe, hat sich die Geschäftsbeziehung fortgeführt, fortgesetzt und auch dort machen wir einige anspruchsvolle IT-Projekte, aber auch andere Dinge zusammen. Ich kann sagen, ich treffe bei der Lügenskonsulting immer auf sehr kompetente Ansprech- und Gesprächspartner, die also eine hohe Expertise in ihrem Bereich haben, aber auch eine gehörige Portion Pragmatismus, was ich sehr schätze. Und die Leute sind einfach menschlich geblieben und man kann also die Mitarbeiter von Lünx auch gerne mal ansprechen, wenn es einfach nur um Hilfestellungen geht und gar nicht um große Projekte. Und das über so einen langen Zeitraum, 15 Jahre, das weiß ich sehr zu schätzen. Ja, ein Projekt, wo ich sehr gute Erinnerungen habe, ist jetzt ungefähr zwei Jahre her. Da ging es also um ein komplexes Redesign unseres SAP-Business-Portals, was wir mit der Lünxkonsulting zusammen gemacht haben. Es ging also erstmal um das technische Redesign, aber auch um ein optisches. Es ging auch um die Prozessanpassung im Hintergrund. Und das ist sehr wichtig für uns, weil es also ein Projekt ist, was die Kunden auch unmittelbar auch betrifft, wo also Kunden direkt auch Zugriff darauf haben, was lange Zeit auch vorher brach gelegen hat, weil wir nicht den richtigen Ansprechpartner und Lösungspartner gefunden haben. Und was wir dann also, wie man sagt, in Budget und in Time durchsetzen, umsetzen konnten und was zusätzlich noch Potenzial bietet für weitere Projekte, die jetzt gekommen sind. Da ging es also um unsere App-Entwicklung und die Anbindung dessen. Das ist also mit sehr viel Weitsicht und sehr viel, was ich auch schon sagte, Pragmatismus auch umgesetzt worden. Die Mitarbeiter bei den Consultants von Lünxkonsulting unterscheidet von anderen Mitarbeitern, dass sie einerseits sehr kompetent sind, aber auch sehr menschlich sind. Und dass sie eine hohe Erfahrung auch haben aus praxisnahen Projekten. Also dieser Best-Practice-Ansatz und Tipps zum Bessermachen, zum Redesign, ist also bei den Mitarbeitern der Lünxkonsulting, die ich kennengelernt habe, bisher immer gut ausgeprägt gewesen. Ich wünsche mir von der Geschäftsbeziehung mit der Lünx AG, dass sie in den nächsten 15 Jahren, wo ich sicherlich noch aktiv im Berufsleben stehen werde, dass es genauso erfolgreich und mit demselben Spirit so weitergeht wie in den vorherigen 15 Jahren.